Vom Handwerker zum Millionär, wie du das schaffen kannst, wie du eine Million Euro Gewinn als Handwerksbetrieb erwirtschaften kannst, darum geht es in diesem Video, ich wünsche dir viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen zu diesem Video, ja der Videotitel ist ein bisschen plakativ, vom Handwerker zum Millionär. Ich sitze hier wieder mit dem Alex und ja, wir wollen uns heute mal um die Frage kümmern, wie kannst du es schaffen, eine Million Euro Jahresgewinn als Handwerksbetrieb zu erwirtschaften? Ja, also wie gesagt, der Titel ist jetzt ein bisschen provokativ gewählt, einfach um das Interesse so ein bisschen zu wecken und wir wollen aber mal grundsätzlich der Frage auf den Grund gehen, wie kann man es eigentlich schaffen als Handwerksbetrieb mal einen ordentlichen Gewinn, ja siebenstellig überhaupt zu erwirtschaften, was steckt da alles dahinter, was muss man dafür berücksichtigen, was muss man auch alles vorher bedenken und ja, dafür sitzen wir hier und wollen mal dieser Frage auf den Grund gehen. Ja, bevor jetzt die Kommentare da reinhageln, natürlich ist man kein Millionär, wenn man eine Million Gewinn macht, nicht direkt erstmal, weil man hat ja auch Steuern, die man zahlen muss und so, kommt ja alles dazu und nur weil man das eine Jahr eine Million Gewinn macht, nächstes Jahr kann man eine Million Verlust machen, das ist mal wieder bei Null. Das geht jetzt wirklich nur rein darum, das einfach mal schön zu rechnen und das, weil es im Titel halt schöner klingt, der Millionär, jeder was mit anfangen kann und wir wollen jetzt auch nicht berücksichtigen, was vielleicht noch die ganzen Fahrzeuge, das ganze Equipment wert wäre. Es geht wirklich jetzt rein, ganz stumpf, um am Ende des Jahres eine Million Gewinn vorsteuern, die man dann hätte. Wir können das ja mal zusammen, also mal durchgehen. Ich sag mal, wenn man jetzt sagt, der normale Handwerksbetrieb, wir gehen mal von einem sehr, sehr effektiven Handwerksbetrieb aus, der normale Handwerksbetrieb hat vielleicht seine 10% netto Umsatzrendite und der sehr, sehr effektiv hat vielleicht seine 15%, sagen wir sogar mal 20%. Das ist natürlich schon sehr, sehr viel, aber es soll sehr effektiv sein, sehr guten Vertrieb haben, sehr gutes Marketing haben, sehr gute Bekanntheit haben, dann kriegt der auch 20% tatsächlich hin. Das ist möglich, haben wir Betriebe, die schaffen das. Das heißt, wir reden dann ja schon mal von mindestens 5 Millionen Euro Umsatz, die geschrieben werden müssen. Richtig. Jetzt können wir mal beispielhaft, was nehmen wir mal für den Bereich, nehmen wir mal den Bereich PV-Anlagen, Photovolgeanlagen, ein gutes Thema. Nehmen wir den Bereich, sagen wir mal, okay, 5 Millionen Euro Umsatz, was steckt dahinter? Da stecken dahinter, dass ich, wenn ich mal sage, so eine Anlage kostet mal 25.000, da müsste ich ja, können wir mal rechnen, kurz, bevor wir jetzt hier was Falsches sagen, aber nach erster Einschätzung so 200 Stück dahinter stecken kann das sein. Ja. Ich rechne das nochmal kurz nach, dass wir da auch korrekt sind, 200 mal 25.000, ja, das sind 5 Millionen, das passt. Das heißt, wir reden da hier von so 16, 17 Anlagen im Monat, die man machen müsste. Genau. Jetzt ist klar, bei 17 Anlagen im Monat, da brauche ich schon mal ein Team, das schaffe ich alleine nicht tendenziell. Ja. Wenn ich da sage, dass ich effektive Teams habe, wo jedes Team, das hängt, glaube ich, von der Anlagengröße ab, eine, sagen wir mal, eine Anlage in der Woche macht, brauche ich vier Teams. Das sind schon mal acht Leute alleine Montage, vielleicht noch eins, zwei Elektromeister dahinter, die das Ganze ein bisschen koordinieren. Da habe ich schon mal zehn Leute alleine in der Montage, plus Elektromeister, die ich da haben müsste für mindestens mal. Da reden wir immer noch von einem sehr effektiven Unternehmen, wo wenig Fehler passieren. Wobei, ich glaube sogar, dass die Teams bei den, bei den PV-Leuten meist aus, aus drei Leuten bestehen. Aber das ist immer ein bisschen unterschiedlich von Person zu Person. Es gibt da Leute, die es wirklich zu zweit dann weggucken. Ja, also es gibt, also unterschiedliche, unterschiedliche Konstellationen. Genau, mit mehr Leuten geht es auch schneller natürlich, dann kann man wieder mehr einkalkulieren. Sagen wir einfach mal, wir haben jetzt mal zehn Leute in der Montage dafür. Das ist sicherlich ein Wert, der schon realistisch sein kann. Und dann bräuchten wir jetzt, um diese 200 zu schreiben, bräuchten wir ja mindestens mal, ich sage mal, wenn wir jetzt vernünftige Anfragen haben, mindestens mal 400 Angebote, die gemacht werden. Die Hälfte 400 Angebote, ja. Genau, für 400 Angebote, das sind wie viele im Monat? Das sind dann so 30 im Monat? 30, 35, ziemlich genau, glaube ich. Ja, 35 müsste das sein. Im Monat, die ich da machen müsste, das heißt, da rede ich von mindestens mal zwei bis drei Vertrieblern, die gut sind. Also zwei Vertrieblern mindestens mal, dahinter brauche ich mindestens noch mal zwei, drei Leute in der Verwaltung, im Büro. Das heißt, ich rede schon mal von 15, 16, 17, tendenziell eher 20 Leuten, die ich dafür brauche, damit das Ganze sich irgendwie ausgeht. Aber mit 20 Leuten ist es auch gar nicht mal so unrealistisch, dann ist es gar nicht mehr so weit weg tatsächlich. Das Wichtigste hier ist halt tatsächlich, und das unterschätzen die meisten auch, ist wirklich, wie ich es in der Verhandlung schaffe vorne. Wenn ich es halt schaffe, diese Anlage bei 25 zu verkaufen, wo der Konkurrent vielleicht nur 22 durchgesetzt bekommt, dann habe ich halt viel mehr Effektivität in meinem Laden halt plötzlich drin. Obwohl ich dahinter noch nicht mal was anderes mache als der. Nur weil ich vorne halt Vertrieb besser mache und damit einfach mehr rausbekomme. Also hier ist wirklich für so einen Betrieb, der das mit der Größe machen möchte, ist der Hauptpunkt tatsächlich, dass der Vertrieb gut stimmen muss. Das heißt nicht, dass wenn der Vertrieb top ist, alles andere auch super funktioniert immer, aber das ist die Grundlage. Und ich habe auch schon genug Betriebe gesehen, die haben 60, 70, 80 Leute und die machen keine 500.000 Gewinn. Also es kann auch sein, dass man halt mit 20 Leuten vielleicht nur die Hälfte oder ein Drittel hat, aber jetzt wirklich mal idealtypisch gesprochen, 20 Leute, wahrscheinlich realistisch, wenn man im Mittel das sieht, eher 30 bis 40, da kann man die Millionen schon machen. Wenn man jetzt natürlich ambitioniert ist und wächst gleichzeitig, noch viel investiert, geht das wieder auf Kosten des Gewinns, ist logisch. Man kann aber dann schon sagen, okay, man rechnet mal zumindest mal Gewinn abzüglich, eigentlich abzüglich Gewinn plus Investitionen, die man gemacht hat vielleicht für die kommenden Jahre, die jetzt nicht notwendig waren, die man machen wollte. Dann kann man da schon in ein paar Jahren hinkommen tatsächlich. Ja, die Frage ist ja auch, warum drehen wir dieses Video? Im Endeffekt geht es ja darum, dass du dir auch mal selber bewusst machst, was ist eigentlich dein Ziel? Ja, dass du dir mal bewusst machst, was ist eigentlich mein Ziel? Wie viel Gewinn möchte ich eigentlich machen? Und dass du dir dann auch mal mental sozusagen diese Rechnung, die wir eben gemacht haben, dass du dir mal selber für deinen Betrieb das Ganze mal ausrechnest. Wie viele Leute bräuchte ich denn eigentlich? Ja, wie viele Angebote bräuchte ich denn? Wie viele Kundenanfragen bräuchte ich denn dafür? Und dir auch mal bewusst machst, warum möchte ich das denn? Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie eine dicke Karre zu kaufen oder irgendwie das dicke Geld zu verdienen, sondern du hast ja auch deine Gründe, warum du diesen gewissen Gewinn machen willst. Ja, vielleicht willst du einfach mehr Sicherheit in deinem Betrieb haben. Ja, vielleicht willst du einfach auch eine Rücklagen aufbauen. Vielleicht willst du investieren, willst du den Betrieb sozusagen langfristig auch sicherer aufstellen. Vielleicht willst du aber auch, ja, deine Kommune, deine Gemeinde unterstützen. Ja, vielleicht willst du irgendwie Sportvereine spenden und so weiter. Also da hat ja jeder auch seine eigenen Gründe sozusagen. Oder deine Familie, du möchtest da auch einfach eine Sicherheit haben, vielleicht ein schönes Häuschen kaufen und so weiter. Oder auch einfach, ja, du wirst da deine eigenen Gründe haben. Und je nachdem, welche Ziele du halt hast für dich selber, für deine Motive, die du selber hast, musst du dir halt dann überlegen, okay, was brauche ich denn, um diese Motive zu erfüllen? Und was muss dann mein Handwerksbetrieb dafür erfüllen? Also, wie viel Gewinn möchte ich dann machen? Vielleicht ist es auch nicht die Millionen, vielleicht sind es 500.000 im Jahr, vielleicht ist es weniger, vielleicht ist es aber auch deutlich mehr. Und dann musst du dir sozusagen mental im Kopf schon mal dieses Bild machen, okay, das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber du musst dir schon mal überlegen, das, was wir eben durchgegangen sind, ja, dann bräuchte du so und so viele Leute, so und so viele im Vertrieb und so weiter, dass du dieses mentale Bild schon mal aufzeichnest und vielleicht sogar schon mal so auf einem Blatt Papier auch einfach aufzeichnest, ja, so viele Leute im Vertrieb bräuchte ich, so viele Leute bräuchte ich in der Montage. Die müssen das und das schaffen, die müssen das abarbeiten, so und so müssen die Zahlen von denen aussehen. Weil sobald das einmal sozusagen in deinem Kopf schon mal so durchdacht wurde, dann arbeitet dein Unterbewusstsein auch die ganze Zeit. Wie kann ich da hinkommen? Wie kann ich jetzt an mehr Kundenanfragen kommen? Wie kann ich Leute im Vertrieb finden? Dann ergibt sich auf einmal eine Chance oder in der Montage wird jemand in anderen Betrieben frei und so weiter und dann knüpfst du Kontakte. Alles fügt sich auf einmal so ein bisschen besser, weil du halt einfach mental schon das durchgespielt hast. Also Profisportler zum Beispiel, die machen das ja auch die ganze Zeit, die gehen ja auch vor dem Spiel oder auch vor der Saison gehen die sozusagen ihre Bewegungen und so weiter nochmal durch, ja, das heißt, das machen die nicht aus Spaß, sondern das machen die einfach, weil die dann mental diesen Weg schon mal gegangen sind und dann ist es halt im Spiel oder im Kampf oder wo auch immer deutlich leichter, das abzurufen. Und genauso ist das im Unternehmertum auch. Auch wenn du das mental schon mal gegangen bist, dann ist das in der Realität, das nochmal das Gleiche zu machen, ist deutlich einfacher, weil du ja schon weißt, wo du hin willst. Ja, du weißt halt schon, was sind die Notwendigkeiten, was sind die Bedingungen dafür, das Ziel zu erreichen. Und vielleicht nochmal, um das Beispiel mal aufzugreifen, weil ich weiß schon, dass viele das für sehr unrealistisch halten, mit 20 bis 30 Leuten eine Million Euro zu machen. 20 Leute ist vielleicht wirklich sehr ambitioniert, muss man fairerweise sagen, weil Leute werden ja auch mal krank und so. Aber 30 Leute ist definitiv möglich, also wir haben einen Partnerbetrieb, der hat jetzt 40 Leute, der hatte letztes Jahr im Schnitt 30, also Anfang 20, dann Ende 40, also so 30 im Schnitt. Und der hat tatsächlich nach allen Investitionskosten, und die haben, kannst du dir vorstellen, sehr viel investiert. Wenn die von 20 auf 40 Leute aufgestockt haben in einem Jahr, haben die immer noch über eine halbe Million Gewinn gemacht. Bedeutet, wenn man diese ganzen Investitionskosten jetzt abgezogen hätte und gesagt hätte, okay, das ist alles Geld, was nächstes Jahr nicht nochmal investiert werden muss, weil die Fahrzeuge sind schon angeschafft, das ist alles schon da, dann wären die locker auf die Millionen gekommen. Und das dann mit dem Schnitt 30 Leuten. Also von daher, das ist gar nicht so weit weg, wie man jetzt denkt, man muss halt sehr effektiv sein, man muss den Strukturen sehr gut sein, man muss halt sehr effektiv im Vertrieb sein. Ja. Dann ist das alles auch machbar. Und mach dir das wirklich mal, mach mal die Übung, überleg dir einfach, wo willst du hin, wo willst du stehen im ersten Schritt mal, und dann überleg dir das runtergeschrieben, was bedeutet das eigentlich für mich. Und dann such nach genau den Leuten, die dir dabei helfen können. Wenn du sagst, dann brauchst du so und so viele Anfragen, zu melde dich bei uns. Dann brauchst du Mitarbeiter, melde dich bei uns. Wenn du sagst, dann brauchst du Material, zu melde dich bei Herstellern. Die Möglichkeiten sind ja immer da. Ja, genau. Ich denke, über die Zahlen kann man natürlich diskutieren. Das Wichtige ist, dass du dir mal für deinen Betrieb überlegst, wie ist es aktuell, wie hättest du es gerne, was ist dein Ziel in Zukunft. Und dann kannst du mit diesem Zahlenmodell auch einfach so ein bisschen mal rumspielen. Ja, was ist, wenn ich hier sozusagen die Raten ein bisschen verbessere, wenn ich im Vertrieb ein bisschen effizienter werde, wenn ich hier ein bisschen schneller werde. Und dann kann man sich im Prinzip schon mal so ein grobes Bild erschaffen, wie es sein soll. Und darum ging es eben in diesem Video. Genau. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, da waren ein paar Sachen dabei. Auch wenn das jetzt alles ein bisschen ein anderer Ansatz mal ist hier. Weil es ist ja doch für viele gar nicht normal, sich das mal zu fragen, die Frage zu stellen. Aber warum nicht? Warum nicht? Nach den Sternen greifen erst mal und gucken, was am Ende rauskommt. Nicht ganz simpel. Gut, dann würde ich sagen, dir erstmal eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Musik 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 Its �